Mit sieben Schritten wohlverdient in den Ruhestand gehen. Tipps und Hinweise von Rentenbescheid24.de Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de Für viele von Ihnen stellt sich ja auch im Jahr 2023 die Frage, gehe ich in den Ruhestand, gehe ich in Rente oder gehe ich weiter arbeiten oder welche Entscheidung treffe ich generell für meinen neuen nächsten Lebensabschnitt. Vor dem Ausstieg aus dem Arbeitsleben sind mit Sicherheit noch ein paar Dinge zu regeln. Wir von Rentenbescheid24.de sagen Ihnen hier in dem Video, was Sie tun können, um gut vorbereitet in den Ruhestand zu gehen. Sieben Tipps und Infos für Ihren Ruhestand. Bevor ich zum ersten Tipp komme, lassen Sie sich bitte nicht verwirren durch die aktuell politische Diskussion um das Thema Rente mit 63. Das ist aktuell für uns überhaupt gar kein Problem. Es gibt mit Stand 6. Januar 2023 keine gesetzgeberische Handlung im Sinne eines neuen Gesetzes zur Abschaffung der Rente mit 63. Also da ist gar nichts im Boot. Aber letzten Endes sollte man doch hier die Dinge ein wenig im Auge behalten. Legen wir einfach mal los. Der erste wichtige Schritt, bevor Sie in den Ruhestand gehen, bitte Ihr Rentenkonto klären. Wer sich also Gedanken macht um seine Rente, der stellt sich wahrscheinlich zuallererst mal die Frage, ob er oder sie sich das Ausscheiden aus dem Arbeitsleben finanziell überhaupt leisten kann oder sollte. Und ab wann er oder sie überhaupt in Rente gehen kann, liegen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen vor. Habe ich das Lebensalter erreicht? Welche Abschläge bekomme ich? Und so weiter. Und da ist es ganz wichtig, um sicher zu sein, dass Sie auch wirklich dann spätestens mit dem Rentenbescheid Ihre korrekte Rente erhalten, dass dann alle Zeiten im Versicherungsverlauf enthalten sind, so dass Sie bitte als allererstes mal sich eine Rentenauskunft anfordern und den Versicherungsverlauf anschauen und prüfen. Ist da alles eingetragen? Im Grundsatz erhält man die Rentenauskunft oder die Klärung des Versicherungskontos, einen sogenannten Kontenklärungsbescheid ab dem 55. Lebensjahr automatisch von der Rentenversicherung zugesandt. Und spätestens hier sollte man dann schon mal hellhörig werden und mal nachschauen. Wir wissen auch, je länger man das auf die lange Bank schiebt, umso schwieriger werden dann auch letzten Endes eventuelle Nachweisführungen, Unterlagen gehen verloren und so weiter. Deshalb meine Bitte, holen Sie sich hier einen Kontenklärungsbescheid, prüfen Sie nach, ob die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, die Versicherungszeiten vollständig sind und gegebenenfalls reichen Sie noch Nachweise ein, um hier eventuelle Lücken im Versicherungsverlauf noch schließen zu können. Zweites Thema. Ganz wichtig, lassen Sie sich doch einfach mal Ihre Rente ausrechnen. Was bekomme ich eigentlich an Rente, wenn ich zum Tag X in den Ruhestand geben will? Viele sind sich darüber gar nicht im Klaren, was sie eigentlich tatsächlich an Rente bekommen. Sicher, in der Renteninformation oder Rentenauskunft stehen da ein paar Geldbeträge drin, aber die bilden oftmals nicht das reale Renteneinkommen ab dem Rentenbeginn ab. Denn zum einen geht es meistens in der Rentenauskunft immer um eine Regelaltersrente, die ich mit Beginn meiner Regelaltersgrenze bekomme. Und wenn ich vorgezogen in Rente gehen will, ist mein Rentenbetrag mit Sicherheit deutlich niedriger als die Regelaltersrente. Das kann daran liegen, dass ich vielleicht einen Abschlag habe. Das kann aber auch daran liegen, dass ich vielleicht weniger Rentenpunkte in die Rentenkasse einzahle, weil ich weniger arbeiten gehe. Also lassen Sie sich bitte einfach eine unverbindliche Berechnung machen von der Rentenversicherung für Ihre Altersrente zu dem von Ihnen avisierten Termin. Damit Sie Klarheit haben, wie hoch kann meine Rente dann zu dem Zeitpunkt aussehen. Dritter Schritt. Finanzielle Situation einfach mal sondieren. Machen Sie doch einfach mal einen Kassensturz. Gucken Sie auf der Haben-Seite und auf der passiven Seite einfach mal nach, was passiert eigentlich, wenn ich in Rente gehe. Und das empfehlen wir auf jeden Fall. Machen Sie das frühzeitig genug, am besten schon mit dem vollendeten 60. Lebensjahr. Also bitte nicht erst nach der Rente das prüfen, sondern davor. Also Sie schauen ganz einfach, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, welche Lebensversicherung kann ich erwarten, wie hoch wird meine Rente ausfallen, bekomme ich eine Betriebsrente, habe ich eine Eigentumswohnung, beziehe ich noch irgendwoher andere Gelder, gehe ich vielleicht noch arbeiten. Das ist sozusagen die Haben-Seite, was ich monatlich an Geld zur Verfügung habe. Und auf der passiven Seite gucken Sie einfach nach, wie sind meine Verbindlichkeiten, habe ich noch Kredite, muss ich eine Miete bezahlen, kann ich mir die Miete überhaupt noch leisten, wenn ich in Rente gehe. Und vieles anderes mehr. Und da sollten Sie sich wirklich genauer damit beschäftigen und hier die entsprechenden finanziellen Dinge einfach abklären. Vierter Tipp. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arbeitgeber. Also, es gibt viele Menschen, die wollen als Rentner noch weiter arbeiten. Möglicherweise kann es sein, dass Ihr Arbeitgeber ja auch den Wunsch hat, dass Sie weiter arbeiten. So kann man da letzten Endes auch eine Verbindung herstellen und sagen, okay, wir haben beide die gleichen Interessen, also lasst uns doch bitte mal schauen, wie wir das Arbeitsverhältnis hier über Rentenbeginn weiter gestalten. Es kann aber auch sein, dass Sie gar nicht mehr weiter arbeiten wollen. Und dann müssten Sie bitte einfach in Ihren Arbeitsvertrag schauen, Tarifvertrag schauen. Wie sind die Kündigungsfristen? Von allein endet ein Arbeitsverhältnis im Normalfall bei Rentenbezug nicht. Es gibt arbeitsvertragliche Regelungen, die bei Rentenbezug, auch bei einer vorgezogenen Altersrente, hier ein Ende des Arbeitsverhältnisses automatisch herbeiführen. Aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Bei den meisten Versicherten muss das Arbeitsverhältnis schlichtweg gekündigt werden. Ohne Kündigung kein Ende des Arbeitsverhältnisses bei Rentenbeginn. Also da bitte noch mal ganz genau aufpassen. Dann der fünfte Schritt. Das ist so banal, dass man es gar nicht glaubt. Bitte beantragen Sie Ihre Rente. Ohne Rentenantrag keine Altersrente. Also die Deutsche Rentenversicherung oder die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee und eventuell auch andere Regionalträger werden gar nicht auf den Gedanken kommen, dass sie vielleicht eine Rente haben möchten, wenn sie hierzu nicht irgendwie sich klar äußert. Also gehen Sie bitte zur Rentenversicherung oder machen Sie das online. Einen Rentenantrag stellen für eine Altersrente zu einem bestimmten Termin. Es gibt Leute, die vergessen das einfach und merken, oh, ich habe ja jetzt meinen Rentenantrag vergessen, aber es gibt die Möglichkeit, dass man die Altersrente auch rückwirkend noch beantragen kann. Da sollten Sie aber bitte aufpassen, dass Sie dann ein bisschen Geld im Portemonnaie haben, denn die deutsche Renten oder die Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung benötigt für die Bearbeitung des Rentenantrags Zeit. Mein Tipp hierzu ist auch, generell Rentenantrag sechs Monate vor Rentenbeginn stellen. Die Tipps und Hinweise der deutschen Rentenversicherung drei bis vier Monate vorher halte ich für ziemlich gewagt. Aus unserer Erfahrung heraus sind sechs Monate vielleicht doch ein besserer Beginn für den Rentenantrag. Schritt sechs, Sie warten auf den Rentenbescheid. Das ist ganz klar. Sie gehen ganz normal weiter arbeiten. Sie haben Ihr Arbeitsverhältnis gekündigt. Sie haben Ihren Rentenantrag gestellt und jetzt warten Sie auf den Rentenbescheid. Wenn der Rentenbescheid dann da ist, dann tun Sie mir bitte eingefallen. Schmeißen Sie den bitte nicht in die Ecke, sondern betrachten Sie das bitte wirklich als Ihr letztes oder eines der letzten wichtigsten Arbeitspapiere in Ihrem Leben. Last but not least der siebte Schritt, Rentenbescheid prüfen und danach den Ruhestand genießen. Wenn der Rentenbescheid gekommen ist, dann wie gerade eben eingangs gesagt nochmal, nicht in die Ecke schmeißen das Ding, sondern nochmals prüfen. Stimmt die Altersrente, die ich beantragt habe? Steht das auch tatsächlich so drin, dass ich die richtige Altersrente bekomme? Wie hoch ist mein Abschlag? Bekomme ich eine abschlagsfreie Rente? Stimmen die Rentenzeiten? Wir haben hier nochmal die Chance, in das Versicherungskonto reinzugucken und auch zu prüfen, ob eventuell alle Rentenzeiten, also zu prüfen, ob die Rentenzeiten tatsächlich auch alle drinstehen, die notwendig sind, die Sie auch nachgewiesen haben oder fehlt da hier irgendetwas. Schauen Sie sich bitte auch an, ob Sie eventuell Anspruch auf eine Grundrente haben, Grundrentenzuschlag, gegebenenfalls hier nochmal bei der Rentenversicherung nachhaken. Vergessen Sie auch bitte eins nicht, wenn Sie einen Fehler finden, der zu Ihrem Nachteil ist, dann bitte Widerspruch gegen den Rentenbescheid einlegen. Wir haben eine gesetzliche Frist von einem Monat, bitte nicht vier Wochen, einem Monat. Und zwar beginnt die Frist ab Zugang des Bescheides bei Ihnen. Legen Sie gegebenenfalls schriftlich fristwarnd Widerspruch gegen den Rentenbescheid ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an eine gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei oder aber an spezialisierte Rentenanwälte, die sich mit gesetzlichem Rentenrecht auskennen und lassen Ihren Rentenbescheid prüfen. Eine Prüfung des Rentenbescheides bei Ihrer Rentenversicherung oder durch Ihre Rentenversicherung, davon rate ich dringendst ab, denn warum sollte Ihre Rentenversicherung bei einer Prüfung Ihnen fachgerecht und sachgerecht mitteilen, dass Ihr Rentenbescheid richtig ist? Schlimmer noch, es kann sogar dazu führen, dass die Rentenversicherung hier Fehler entdeckt und Ihnen dann auch noch die Rente kürzt. Ja, so, das war's. Sieben Tipps und Hinweise von Rentenbescheid24.de zum Thema Ruhestand und Ruhestandsplanung und Beginn Ihrer Rente eventuell schon ab 2023. Ich wünsche einen erfolgreichen Start in Ihren wohlverdienten Ruhestand. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.